Herzlich Willkommen, liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit für die Neuaufnahme aus alten LPs und heute wird es sein Apple-Ski-Software's The Monuments of Mars mit Ausrufezeichen von Todd Replogle und mit Ideen von Scott Miller. Wie es hier so schön steht, kam das Ganze 1991 raus und wurde wohl von Scenario Software hergestellt. Hier steht es schon so schön, Volume 1 First Contact, also der erste Teil. Damit hat es folgendes auf sich, Eboshi hat früher seine Spiele immer nach dem Scherwer-Prinzip in mehrere Teile geteilt. Der erste Teil war immer gratis und Teil 2, 3 oder 4 musste man dann später käuflich erwerben. Also quasi der erste Teil war immer so eine Art Demo und wenn einem die Demo gefallen hat, konnte man sich die Vollversion kaufen. Hier ist es genauso, Volume 1 gab es umsonst, First Contact von Monuments of Mars wird es noch drei weitere Episoden geben, die wir natürlich alle spielen werden. So, und jetzt folgen wir dem Kommando, drück eine Taste, um weiterzumachen, gerne. Da sind wir auch schon im Hauptmenü angelangt von The Monuments of Mars. Vielleicht sieht man es auch gleich, das Spiel bedient sich der CGA-Grafik. CGA bedeutet, das ist eine Vier-Farben-Grafik, die kam noch vor EGA raus. Und ja, CGA-Grafik bedient sich zwei verschiedene Farbpaletten. Hier im Menü sehen wir die eine Farbpalette, die besteht aus den Farben Weiß, Schwarz, Blau und diesem Pink hier. Und das Hauptspiel wird sich der zweiten CGA-Farbpalette bedienen, die besteht aus Schwarz, Braun, Orange und Grün. Aber bevor wir uns weiter mit diesem technischen Gesumms aufhalten, schauen wir uns doch erstmal die Story an. Das ist auch schon ein kleiner Schreibfehler, es sollte wohl No und nicht No heißen. Auf jeden Fall hat die NASA mehrere bemannte Missionen auf den Mars geschickt, um dort mysteriöse Monumente zu erkunden. Jedoch schlug jede dieser Missionen fehl und keine der Crews hat es jemals geschafft, zurückzukehren. Und natürlich weiß die NASA nicht, warum. Also wir sind wie immer die letzte Hoffnung. Und man fragt uns, ob wir die geheimnisvollen, massianischen Strukturen und deren Geheimnisse lüften können. Und ob wir lange genug überleben können, um herauszufinden, was mit den vorherigen bemannten Missionen passiert ist. Your computer-guided ship guides itself past deadly meteors and into the strong gravitational pull of the Earth-sized red planet. Also unser computergesteuertes Schiff navigiert vorbei an tödlichen Meteoren und bringt uns in die Umlaufbahn des erdgroßen, roten Riesenplaneten. It won't be long now, you think to yourself, until the secrets of the monuments of Mars are finally revealed. Also du denkst dir bei dir selbst, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Geheimnisse der Monumente des Mars gelüftet sind. Gut, das war die Story. Ich muss noch schnell meine Tasten einstellen. Also hier hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vorgefertigte Keyboard-Schemen zur Verfügung. Dafür, beziehungsweise daraus kann man sich eins aussuchen. Ich nehme mal die Nummer G. Die passt mir am besten. Das ist die typische Apple-G-Steuerung von früher. Da steht ja auch schon Current Setting ist G. Hätte ich gar nicht ändern müssen. Okay, und dann schauen wir noch, bevor wir dann endlich loslegen, mal in die Instructions. Also ich werde jetzt hier nicht alles durchlesen, wie die Spielmechanik funktioniert. Das werden wir im Laufe des Spiels selber herausfinden. Ich wollte aber nur mal reingucken, weil es hier eine schöne Special Notice gibt. Die wollte ich unbedingt mal vorlesen, weil nach all den Jahren ist die wirklich suffisant. Also da heißt es so ganz großkotzig, der Monuments of Mars hat sehr komplexe Grafiken und Animationen, die werden wir gleich sehen. Und wird deshalb nicht schnell genug auf einem 80, 88er laufen. Und man sollte doch mindestens 80, 86er, ein 2, 86er oder ein 3, 86er haben. Danke, danke auch dir, mein lieber Special Notice Schreiber. Und jetzt machen wir endlich mal Journey Onward. Wir legen los mit dem Monuments of Mars Episode 1 First Contact. Und da sind wir schon als einsamer, verbitterter Astronaut am linken Bildschirmrand gestrandet auf der Mars-Oberfläche, wie es dort oben links so richtig steht, in Level 1. Jeder Bildschirm in dem Monuments of Mars wird ein Level sein. Sobald man den Bildschirm verlässt, schreitet man also automatisch ins nächste Level voran. Level pro Episode wird es insgesamt 20 geben. Und vorherige Level kann man nicht wieder besuchen. Eine Waffe haben wir auch, insgesamt dafür 5 Schüsse. Und Moment noch, eine Punktezahl von 0. Gut, dann würde ich mal sagen, wir trotten los. Und das hier sind die komplexen Grafiken und Animationen, die angesprochen wurden. Und Achtung, jetzt kommen noch komplexe Soundeffekte hinzu. Also, die kommen aus dem PC-internen Lautsprecher. Musik gibt es keine. Und wir sind jetzt schon vorangeschritten in Level 2. Dort gibt es erste Gegner, wie ihr seht. Roboter, die könnten wir rein theoretisch auch abschießen. Aber die Sache ist folgendes. Schüsse für unsere Waffe sind sehr spärlich gesät in diesem Spiel. Und man sollte sich Schüsse aufheben, so gut wie es geht. Und wirklich nur dann verwenden, wenn man sie unbedingt braucht. Weil sonst wird man später, im späteren Spielverlauf, in ein Dilemma kommen. Wenn man keinen Schuss mehr hat und sie dann wirklich braucht. So, Level 4. Das erste, das ein bisschen haarig ist und eine erste Herausforderung ist. Am rechten Bildschirmrand seht ihr diesen Tank. Das ist Munition für unsere Waffe. Wir haben drei Schüsse hinzubekommen. Und jetzt kommt die erste blöde Stelle. Da müssen wir genau zentriert springen. Damit wir nicht in den Laserfeldern kommen und den Gegner treffen. Und wir sind in Level 5. Erstmal in den Eingeweiden des Mars. Und ab jetzt wird es so richtig interessant. Und ich finde, was mir schon immer in dem Spiel gefallen hat. Die Grafik ist irgendwie sympathisch. Diese ganzen Konstruktionen finde ich sehr cool. Und keine Ahnung, das hat mich damals so an dem Spiel gefesselt. Übrigens, falls wir mal sterben sollten, dann gehen wir sofort kaputt. Na gut, ist logisch. Was ich sagen wollte, ist, sobald wir eine Gefahr berühren, wie zum Beispiel Spitzen, elektrische Felder oder Gegner, sterben wir sofort. Glücklicherweise haben wir unendlich Leben. Falls wir sterben, müssen wir einfach das Level nochmal von vorne beginnen. So, und jetzt killen wir unseren ersten Gegner. An dem kommen wir sonst nämlich nicht vorbei. Dann springen wir in die Spitzen. Aktivieren den Schalter. Dann geht da die Energiebarriere weg. Und diese Dreiecke hier, ihr habt gesehen, manchmal, wenn wir sie einsammeln, dann verändert das, was an der Levelstruktur an sich nützen. Die Dinger zu nichts. Die geben halt ein bisschen Punkte. So, dort oben bei dem einen Gegner seht ihr vielleicht eine Karte. Und wenn ihr so eine Karte in einem Level seht, könnt ihr ganz sicher davon ausgehen, dass wir die brauchen werden für den späteren Spielverlauf. In diesem Level steht es da oben schon. Karte, Ausrufezeichen. Die brauchen wir, um diese Türe zu eröffnen und das Level zu beenden. Aber bevor wir das machen, würde ich doch gerne noch die Munition und die Punkte mir holen. Wie gesagt, die Munition ist wichtig und kostbar. So, die Gegner müssen wir nicht töten. Hier sind keine Gefahr. Wir sparen uns lieber den Schuss und schreiten voran in Level 6. Das war immer mein Lieblingslevel dieses Spiels. Ich habe keine Ahnung warum, aber mir gefällt es einfach. Ich habe früher, als ich noch wirklich ein ganz kleiner Wutz war, also wirklich so 6, 7 Jahre, und ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da habe ich dann immer auf Papier meine eigenen Monuments of Mars Level gezeichnet. Also da hätte ich mich wirklich super gefreut, wenn es da ein Level-Editor gegeben hätte. Und dieses Level hat mich da auch so ein bisschen inspiriert dazu. Gut, wir schalten voran. Wir drücken das Schalterlein, um eben die Energiebarriere hier auszuschalten. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht von den Schleimtropfen hier erwischt werden. Also im Moment sind die Level noch ziemlich einfach und die Rätsel auch ziemlich einfach, aber das wird sich später noch ziemlich ändern. Also die können eventuell ganz schön knackig werden und das tun sie dann auch. So, hier verändert sie wieder die Landschaft, das heißt wir müssen noch einen Schuss abgeben. Dann sammeln wir die Card ein und gehen ins nächste Level. Also manche Level, die kann man auch wirklich nur dank Trial und Error lösen, weil es passieren manchmal so unvorhersehbare Dinge, die man beim ersten Mal gar nicht wissen kann. Das hier ist so eine Satellitenschüssel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr konkret, für was sie war. Ich glaube, die hat jetzt auch irgendwas ausgeschalten. Dann aktivieren wir hier den Schalter. Nehmen wir uns mal den Block mit. Ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich brauchen. Ah ja, gut, den können wir verwenden, um uns die Punkte dort oben zu krabschen, wenn man den will. Muss aber nicht sein. Ich nehme jetzt mal so viel mit wie möglich. Zurückschieben können wir das Ding eh nicht mehr. Und dann müssen wir schauen, dass man hier oben raufkommt mit dem Aufzug, ohne dass man mit den Gegnern kollidieren. Holen wir uns die Card und dann gehen wir links wieder in den Zielbereich. So, jetzt wäre es ziemlich dumm, da rauf zu gehen. Müssen wir halt einfach abwarten. Das gehört zu Oldschool Jump'n'Runs einfach dazu. Stichwort Oldschool Jump'n'Runs. Es gibt zwei weitere Jump'n'Runs von Eboshi, die auf diesem CGA-Spielprinzip basieren. Also Monuments of Mars ist eins von denen. Die zwei anderen sind, erstens mal Antarctic Adventure, glaube ich, hieß es. Das hat dieselbe Spielmechanik und ähnliche Grafiken und spielt in der Antarktis. Und dann gab es noch eins, das hieß Pharaoh's Tomb. Dort muss man die mysteriösen Geheimnisse der ägyptischen Pyramiden lösen. Also alle auf derselben Mechanik basierend und auf derselben Grafik-Engine. Und wir schreiten voran in Level 8. Töten den Gegner. Das ist so ein bisschen böses Level, weil er, wie schon gesagt, ich habe es ja schon mal angesprochen, es gibt einige Mechaniken im Spiel, die sind unvorhersehbar. Und da gehört dieses Level schon mal dazu. Nun denn, der Gegner ist schneller als der Aufzug. Das heißt, wir werden den Gegner mal kastrieren. Und dann nehmen wir den Fahrstuhl nach drüben. So. Ich glaube, den oberen Gegner müssen wir gleich abschießen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir später weiterkommen wollen. Also ich schieße den gleich mal ab. Dann lasse ich mich hier runterfallen und töte erstmal den untersten. Ihr seht, wir kommen momentan noch nicht an die Kart. Das heißt, wir müssen noch mal eine Ehrenrunde drehen. Jetzt fährt sie mich die Brücke aus. Also die ganze Schoße nochmal. Also später werden die Rätser auch wirklich cool. Und nicht ganz einfach. Also deshalb macht das Spiel auch so Spaß. Ich glaube, ich mache es immer so, dass ich 10 Level spiele oder 15 Minuten und dann mache mir eine neue Folge. Ich glaube, es ist am vernünftigsten. Jetzt bei der ersten Folge habe ich die Zeit nicht gestoppt. Ich würde sagen, wir machen die ersten 10 Level. Dann ist gut für die Episode. Ich bin ja... Also die meisten Leute sind ja schon davon abgekommen. Aber ich bin ehrlich gesagt immer noch ein Verfechter der 15 Minuten Folgen. Ich finde das auch einfach fürs Aufnehmen am besten. Also ich bin nicht so einer, der sich 4 Stunden hinsetzen kann und am Stück aufnehmen kann. Das klappt bei mir einfach nicht. Ich brauche kurze, knackige Segmente. Dann kann ich das am besten machen. Und ich habe für mich selber so herausgefunden. Die 15 Minuten sind für mich am sinnvollsten. Oi. Wie ging denn das schnell wieder? Ich habe keine Ahnung mehr. Da müssen wir jetzt ein bisschen experimentieren. Okay, der Schalter macht schon mal das da unten aus. Das ist sehr gut. Ah ja, genau. Ich weiß wieder, für was die Satellitenschüssel ist. Die zerstört die Selbstschussanlage. Beziehungsweise wenn wir die zerstören, wird die Selbstschussanlage dort oben zerstört. Und jetzt seht ihr hier die 4 Buchstaben. M-A-R-S. Wenn wir die in der richtigen Reihenfolge einsammeln, dann bekommen wir einen Punktebonus. Machen wir jetzt einfach mal. Wir haben ja sonst nichts vor. Wir haben Zeit. Allerdings nicht so viel Zeit, dass wir dauernd runterfallen können. Damit wir das auch mal sehen, wie das so abläuft. Ob ich jedes Mal die Maße in der korrekten Reihenfolge einsammeln werde, das verspreche ich nicht. Weil das kann später auch ein bisschen knackig werden. So, und wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir uns auch die Schuss mit. Dann lassen wir uns gleich zum R fallen. Und schnappen uns das S. Und dann kommt der schwierige Teil des Levels. Ich hoffe, ich gehe nicht hops an den Gegner. Wir werden mit einem geilen Soundeffekt belohnt. Mal gucken. Vielleicht können wir an dem vorbei, ohne zu schießen. Jawohl. Sehr schön. Wir haben es geschafft und sind in Level 10. Da wartet gleich eine fiese Falle auf uns. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie das ging hier. Man musste, man musste. Okay, ich glaube, ich habe schon eine grobe Idee. Also jetzt muss man ein bisschen anfangen zu denken. Den müssen wir erstmal hier links runterschubsen. Wenn wir den rechts runterschubsen, haben wir schon verloren. Gut. Beziehungsweise, ist das richtig? Ich glaube, das war falsch. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Das heißt, ich muss sterben. Gut. Ich glaube, wir müssen zuerst den Schalter hier anschießen. Genau, dann geht hier nämlich die Barriere, die Energiebarriere weg. Und dann können wir sicher wieder runter. Gut. Also, wie schon gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist Denken angesagt. Gut. Hier wäre schon das Ziel. Wir haben leider nicht die Card. So, dann können wir mit Hilfe der Kiste hier hoch aktivieren. Dann können wir mit dem Aufzug nach dort oben und uns die Card holen und ein bisschen Munition. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fertig für das Level. So, das ist natürlich nicht schön. Da will man uns nochmal einen Stolperstein im Weg schieben. Und ich bin ja Spezialist, was sowas angeht. Also ich gehe da gerne mal solchen Sachen kaputt, weil ich auch ein bisschen immer so Ehrfurcht vor solchen Sprüngen habe. Und dann wird es psychologisch gefährlich bei mir. Jetzt müssen wir noch an der letzten Hürde vorbeikommen. Sollten wir es schaffen. Und dann gehen wir ins Ziel. Beenden dieses Level. Und damit auch die erste Folge von Monuments of Mars. Ich lasse mich nochmal kaputt gehen ein paar Mal. Kein Thema. Und ich sage schon mal, ciao, bis zur nächsten Folge. Bis denn. Boom.